Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Cassie Wood verkauft über eine Million Coinbase Aktien und schließt ein ARK Investment ETF. Hier die Hintergründe. Ein Artikel geschrieben und verlesen von Thomas Harz. ARK Investment Fonds verkauften am Dienstag 1,4 Millionen Coinbase Aktien. Die SEC prüft die Kryptobörse. Cassie Wood, Gründerin und CEO von ARK Investment, gerät mit ihrer Anlagestrategie immer mehr unter Druck. Finanzmarktwelt hatte bereits am 12. Mai in einem Artikel auf die dramatische Schieflage ihres ETFs hingedeutet. Wie man den Handelsbüchern der Fondsgesellschaften entnehmen kann, verkauften drei ihrer ARK Investment Management LLC Fonds am Dienstag insgesamt rund 1,41 Millionen Coinbase Aktien in einem Gesamtwert von ca. 75 Millionen US-Dollar. Der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF verkaufte alleine 1,13 Millionen Coinbase Aktien. Das Unternehmen Coinbase wurde 2012 in San Francisco gegründet und betreibt eine Handelsplattform für Kryptowährung. Der Umsatz lag 2021 bei 7,84 Milliarden US-Dollar, die Marktkapitalisierung bei knapp 13 Milliarden US-Dollar. SEC leitet Untersuchungen gegen Coinbase ein. Aktienkurs bricht um über 20 Prozent ein. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die SEC, die Security Exchange Commission, die amerikanische Börsenaufsicht, eine Untersuchung gegen Coinbase eingeleitet hat, brach der Aktienkurs binnen Minuten um über 20 Prozent ein. Der Vorwurf der SEC lautet, Verkauf von unregistrierten Wertpapieren an US-Bürger. Es geht um die rund 150 Token, die bei Coinbase im Angebot sind. Sollte die SEC diese als Wertpapiere einstufen, müsste sich die US-Kryptobörse auch als Börse bei der SEC registrieren lassen. Der Leiter der Rechtsabteilung von Coinbase, Paul Grouvel, wies die Vorwürfe auf Twitter zurück. Großaktionär ARK verkauft 1,41 Millionen Coinbase Aktien. Die Aktie von Coinbase konnte sich zwar seit dem Einbruch am Dienstag leicht erholen, Schaut man allerdings auf die Wertentwicklung von Coinbase seit Jahresanfang, steht ein Verlust von 76,5 Prozent zu Buche. ARK Investment Management hat von Anfang an, also seit April 2021, in Coinbase investiert und immer wieder zugekauft. Ende Juni waren noch insgesamt 8,95 Millionen Aktien im Bestand. Damit war ARK der drittgrößte Anteilseigner von Coinbase. Nun hat man am Dienstag 1,41 Millionen Aktien verkauft. Sollte die Untersuchung durch die SEC anhalten, könnten es bald noch mehr werden. Anlagestrategie von Cassie Wood in der Kritik Die Anlagestrategie von Cassie Wood gerät immer mehr unter Druck. Der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF hat dieses Jahr bereits über 50 Prozent verloren. Bereits am 1. April hatte Morningstar den ARK Innovation ETF von neutral auf negativ herabgestuft. Interne Analysen haben ergeben, dass die verfolgte Strategie stark dem Risiko verheerender Verluste ausgesetzt sei. Seit 2021 ist die Performance einer der schlechtesten unter den am amerikanischen Markt verkauften Fonds. Nun hat das ARK Investment in einer Meldung am 20. Juli mitgeteilt, dass der ARK Transparency ETF geschlossen wird. Der Fonds verwaltet 12 Millionen US-Dollar. Die Performance seit Auferlegung ist mit minus 36 Prozent schlecht. Das Kartenhaus von Cassie Wood bricht immer mehr in sich zusammen. Aber offensichtlich ist die Gier der Menschheit unantastbar. Wie sonst kann man erklären, dass die ARK Investment Fonds in diesem Jahr immer noch Netto-Kapital-Zuflüsse haben? Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News. Schnellere Analysen. Schneller auf den Punkt.